jo leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft skyblock multiplayer mit kerne heute ist und haben wir wieder ein thema für euch mitgebracht und zwar ging es ja im letzten video darum unsere fünf lieblingsspiele diesmal haben wir eigentlich genau das gegenteil genommen die fünf haf spiele und ich würde sagen war es mein kanal ist es kommt doch auf meinen kanal weil ich die anderen relation gemacht hat fängt edgar an du weißt gar nicht was so passiert ist du weißt gar nicht was passiert naja ich fange mal an so ich habe fast das spiel hast spiele schwierige schwieriges thema muss ich sogar sogar sagen also bei hast du weißt schon gleich fünf leute gehabt aber wir haben schon mal eine top vier aus gehauen es waren zwei nur drei aber egal also ich fand es ist vielleicht nicht scheiße aber ich fand ich fand er ist nicht geil es hat die musik war das einen was richtig abgefuckt hat dann komme ich mal zu meinem platz fünf und zwar mein platz fünf an hast spielen ist einfach glasklar das spiel ist einfach clash royal ich mag es nicht ja es war es war es hat mir aber irgendwie selbst ein bisschen spaß hat schon gemacht aber jetzt ist einfach mega abgefuckt da kommen wir schon mal auf meinen platz vier mein platz vier ist natürlich gleich weil es nicht so ist nicht mehr so ist nicht mehr darum habe ich wieder angefangen gleich aufs grenzen zu zocken mein platz vier oder bist du schon fertig oder muss noch was sagen ich bin schon fertig mein platz mein platz vier ist das spiel mein platz vier das spiel ist 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 ja jetzt kommen wir mal wirklich zu thema und zwar mein fünftes pass auf alter das runter fällt man ich muss doch weiter baut ist vollidiot aber aber hast zeigt mich runter zu klatschen jetzt lasse ich doch mal ausreden also mein viertes hat danke mein fünftes spiel ist definitiv mein platz vier das spiel ist boom beach fürs handy und zwar einfach weil ich weil biete für mich halt einfach hat für mich kein anreiz ist zu spielen ich habe es mal gespielt aber also mein platz drei natürlich er kennt ihn nicht mein platz drei ist jetzt sagen das ist nicht so aber er ist nicht mein ding ein dritter platz ist ja also finde es wurde also man wir haben das so lange gespielt eine komplette nacht durch du magst nicht du magst nicht du magst einfach nicht nein 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 okay mein platz drei an hasch spielen ist die bibi app nein nein du bist meine leblings app nein 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 mein fünftes hassspiel ist es ist halt leider einfach so ich muss sagen das ist so ein rennen das ist wirklich rennen was wieder geil ist es ist einfach fifa okay kann ich auch in irgendeiner weise schon nach verstehen weil ich mein fifa hat ist dann irgendwie geil aber ich mag es irgendwie nicht fifa ist für mich einfach so ein spiel ich spiele es zwar ab und zu aber für mich ist einfach einer der spiele ich weiß nicht wieso also dann platz 2 oder 2 er zwar dient darauf zu kommen und ich weiß schon wer es verdient hat es hat einfach amazon diese verkäufer ist wir spielen wir reden über spiele nicht über apps nein es zählt bei google play unter apps und nicht das spiele da ist nicht echt weiß ich was nach also ich weiß leider nicht das neue sonic heißt aber ich bin neun sonic teile werden immer schlechter das erste sonic war noch eigentlich ganz gut fand ich ich habe dieses sonic und blaze teile die habe ich dieses eine dieser eine teil da der ich finde neun teile von sony ich sehe nicht so gut verstehst und er hat glowstone und lapis lazuli ich bin ja schalke box eingebaut ja ich doch nach oben und zwar jetzt steinplatz jetzt mein platz 2 mein platz 2 ist eindeutig ist mario party 9 weil es ist einfach das spiel ist für mich so ein spiel es ist kein richtiges mario party mehr das ist so hat den anfang für schlechte mario partys gemacht und deswegen ist es für ich bin ich auf platz 2 der schlechtesten spiele und ja jetzt ich glaube ich könnte callen was dein platz 1 ist super mario wie ist es bei mario ja irgendein mario teil bestimmt weil du ihn ja nicht magst wenn ich mario gezockt hab dann hab ich natürlich mir erstmal angehört wie die leute den finden ich hab keinen schlechten mario teil gezockt ja komm erzähl platz 1 ja noch was schmeckt ja platz 1 was ist denn überhaupt das allerschlechteste spiel von mir was ich finde ist ja ok eigentlich muss ich es ja auch ansprechen ich finde die neuen fifers sind scheiße darum mach ich mal auf platz 1 FIFA oder FIFA also ich finde FIFA 18 ist die Wende wo alles wieder scheiße wird hm da und FIFA 18 ist auch Platz eins wo es grad so den Hype hat das ist mir scheiße da so ähm ja also mein Platz eins ist definitiv Mario Party 10 weil der Bowser Modus normaler Modus und halt auch der Amiibo Modus ist halt einfach nicht ausreichend und deswegen ist es auch bei mir auf Platz eins weil weil es ist auch kein richtiges Mario Party Mann ist NDQ was los bei euch macht gute Mario Partys bitte und ja das war mein erstes Platz ja 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 ok mach mal ab oder was dann muss ich erstmal was machen staubsaugen stell dich mal stell dich mal neben mich und schau in die andere Richtung weil dann sieht man dich ich muss aber noch die Steine abbauen ok ok leute wenn es euch gefallen hat dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da schaut auf jeden Fall bei Keanu Trump vorbei und wenn ihr von dem Projekt nichts mehr verpassen wollt dann lasst auf jeden Fall ein Like da und ein Abo und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bis dann ciao du ist ein Arsch